Weißt du schon? Es gibt zwei Arten von Kugeln. Harte und weiche. Welchen Vorteil haben die eine oder die andere? Nun, das hängt vom Boden ab, auf dem du spielst. Nimm zum Legen eine harte Kugel, wenn der Boden hart ist. Warum? Nun, weil sie viel weiter rollt. Nimm eine Weiche, wenn der Boden weicher ist, denn sie wird den Rücktrall besser aufnehmen. Nimm zum Schießen eine harte Kugel, wenn der Boden hart ist. Warum? Ganz einfach. Wenn du knapp vor der gegnerischen Kugel aufkommst, springt sie härter und schießt die andere hinaus. Nimm eine weiche Kugel, wenn der Boden weicher ist, weil sie dann effektiver ist, wenn sie ihr Ziel trifft. Jetzt liegt es an dir, die richtige Kugel zu wählen. Auf geht's zur nächsten Runde.